Grüß Gott liebe Sportfreunde in Österreich, herzlich willkommen aus Le Castellet in Südfrankreich, ungefähr 50 Kilometer von Marseille entfernt. Schauplatz des Grand Prix von Frankreich ist der Circuit Paul Ricard. Niki Lauder sehen Sie hier im Bild, der in der ersten Startreihe steht neben dem Engländer James Hunt auf McLaren, der die Trainingsbestzeit herausgefahren hat, übrigens zum vierten Mal bereits in dieser Saison. Niki Lauder, WM Leader mit 5 und 5 50 Punkten, heute der achte Lauf und damit der letzte der ersten Saison Hälfte. Sie kennen vielleicht die Regen mit den Streichresultaten. Es werden für jeden Fahrer in diesen acht Rennen die besten sieben Ergebnisse gewertet. Da Lauder bereits sieben Ergebnisse hat, kommt er in die Streichresultate, wenn er auch heute Punkte macht. Wenn Lauder dritter wird, dann bleibt er bei seinen 55 Punkten sitzen. Wenn er zweiter wird, gewinnt er drei Punkte dazu und wenn er gewinnt, dann bekommt Lauder fünf Punkte dazu. Niki Lauder zweitschnellster im Training, wie gesagt, neben James Hunt hier in Le Castellet, wo er im vorigen Jahr gewonnen hat, nach einem sehr dramatischen Kampf mit Hunt und mit dem deutschen Jochen Maas, der damals mit einem McLaren die schnellste Runde im Rennen gefahren hat. Le Castellet ist der erste wirklich schnelle Grand Prix Kurs dieses Jahres. 190 kmh Schnitt. Kriterium der Strecke ist die 1,8 Kilometer lange Mistralgerade. Hier im Bild aber Fahrteindrücke aus dem Training. Das ist der Südafrikaner Jody Schechter, der vor drei Wochen den Grand Prix von Schweden gewonnen hat mit seinem sechsträtigen Tirell. Hier Schechter mit der aufmontierten Kamera, damit Sie hier ein bisschen einen Einfluss gewinnen können, was sich auf dieser 5,81 Kilometer langen Strecke von Le Castellet abspielt. Eingeblendet das Ergebnis des schwedischen Grand Prix Doppelsieg der Tirell, Schechter, De Paillette, Ritter Lauder, dann Lafitte, Hans und Regazzoni. Diese Mistralgerade ist das letzte Geradeausstück auf sächsischen Grand Prix Strecken. Das ist die letzte Gerade des Rennsports nach der Hynodière-Gerade von Le Mans, die 4,8 Kilometer lang ist. Die Mistralen 1,8 Kilometer. Und hier werden PS-Schwenken einzelner Motoren schonungslos aufgedeckt. Und hier war es auch, wo der Italiener Vittorio Brandilla auf March im Training mit 312 kmh absolute Spitzengeschwindigkeit erzielte. Das war die größte Geschwindigkeit, die mit einem Formel-1-Auto seit sieben Jahren erzielt wurde. Die Rechtskurve nach der Geraden, die Fahrer gehen 150 Meter vorher vom Gas. Was folgt ist eine der schwierigsten Kurven, die es im Grand Prix überhaupt gibt. Diese hier ist es. Und das Geheimnis in Le Castellet ist das weiche Fahren. Man darf die Autos nicht überfordern, man darf den Kurs nicht überfahren, nicht overtreiben, wie sich der zweimalige Le Castellet-Sieger Jackie Stewart ausdrückt. Er sagt, man darf diesen Kurs einfach nicht mehr abverlangen, als dieser Kurs zu geben. Im Stande ist, man muss weich fahren, man darf nicht zu sehr über die Kurven, über die Kerben drüber räubern. Im Bildklärer Gazzoni, zweiter Mann bei Ferrari, auch er im Training sehr gut gewesen, steht in der zweiten Reihe neben Patrick der Payet. Rüger 2. Aktuell ist der Einstieg für die Maz. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Er kam einmal im Windschatten von Brandvilla auf 305 kmh. Dieser Windschatten wirkt, solange man in einem Abstand von höchstens 150 Meter ist. Licky Lauda kam allein fahrend auf 302 kmh, aber das war die einzige Runde, die er gedreht hat, jenseits von 300 kmh auf der Geraden. Hier in Le Castellet gibt es aber natürlich nicht nur die Mistralgerade, sondern man muss versuchen, einen Kompromiss zu finden in der Abstimmung des Autos zwischen der langen Geraden und den Kurven. Das heißt, man darf nicht mit absolut flachen Flügeln fahren, damit kann man zwar auf der Geraden sehr schnell sein, aber man hat dadurch in den Kurven nicht genug Bodendruck und verliert dann dort die Zeit, die man auf dem Geraden gewonnen hat. Umgekehrt ist es sinnlos, mit sehr steilem Antrenswinkel zu fahren, mit sehr bodenhaft so viele Kurven, weil man ansonsten auf der Geraden bis zu viel Zeit verliert. Im Bild ist die Startaufstellung gewesen, aber in der umgekehrten Reihenfolge, die Texten waren ganz und nicht da sind wir wiederholen. Erste Startreihe Nummer 11, Schicksal, McLaren 1,4789. Das war um 700 Sekunden schneller als Nicky Lauders vorjährige Training. Bestzeit und neben ihm Nicky Lauda mit 1,4817. 2. Reihe Nummer 4, Patrick de Payet. Sie müssen leider von unten herauflesen. Nummer 4, also Patrick de Payet mit dem 6-Rat-4-Rail mit 1,4859 und Clare Gazzoni Ferrari 1,4869. 3. Startreihe Carlos Pace mit dem Treffer Alfa Romeo, der im ersten der vier Trainings hier die beste Zeit gehabt hat, sich aber da nicht mehr verbessern konnte. Neben ihm Nummer 10, Ronny Patterson mit dem March. 4. Startreihe Mario Andretti Lotus, der in Andersdorf in Schweden sensationell die ersten 45 Runden geführt hat. Neben ihm John Watson mit dem Pinske. Dann Jody Schechter, der Sieger von Schweden und Carlos Reutemann. 6. Reihe Vittorio Prampilla March und Nilsson auf Lotus. Dann Lafitte Ligier und Maas McLaren. 6. Reihe hier wieder eingeblendet. Jean-Pierre Charrier mit dem Shadow, nachdem er hier vorige Woche schon einen Ligier getestet hat, aber dann von Shadow zurückgepfiff wurde, unter Androhung von Gerichtklagen und hat sich herausgestellt, dass Ligier eigentlich nicht ganz besonders neugierig ist, neben Lafitte noch ein zweites Auto als einen zweiten Piloten einzusetzen, nämlich Jarrier. Jarrier reumütig zurückgekehrt zu Shadow. Neben ihm sein Teamkamerad Tom Preiss. 9. Startreihe, der deutsche Hans-Joachim Stuck auf March und der Australier L. Jones 30. 10. Startreihe, Jackie X mit dem Villiers des Walter-Wolf-Teams. Jackie X, der heute seinen wundersten Grand Prix fährt, nachdem er sich in den letzten vier Grand Prix-Rennen dreimal nicht qualifiziert hat können, gelingt ihm also heute doch zu seinem Jubiläumsrennen an den Start zu gehen. Jackie X hat schon gestern einen sich gefeiert, allerdings in einem Radrennen. Einmal rund um den Paul Ricard-Kurs auf zwei Rädern, es ist ja gerade Tour de France Zeit und auch in der Castellet natürlich die französische Schwarzballen, die ganz ihm Fieber, ganz die Band der Tour de France. Jackie X hat dieses Radrennen gewonnen vor Jody Schechter, Regazzone war fünfter, Merzario war sechster. 3. Reihe also X und Merzario, 6. Reihe Amazon City Baldy und Michel Leclerc. 5. Reihe Breit Langer und Ori Fescarolo, ein Formel 1 Time-Clearer, heute auf 30. Und in der letzten Startreihe Guy Elmas mit dem Heskett und Patrick Lees mit dem Endzeit, im Bild der Training schnellste James Hans. Im 30. Jahresbeginn als Niki Lauders loader Weltmeisterschaftsgegner angekündigt, данные best Zeilen in brasilien in Südafrika und noch einmal in Spanien. Niki Lauda hat eine ganz unorthodoxe Taktik für den heutigen Grand Prix von Frankreich. Ich darf Ihnen diese Taktik vor dem Start noch ganz schnell verraten. Niki Lauda sagt, dass hier das Problem in Le Castele darin besteht, dass sich das Auto während des Rennens verändert. Der Grund ist, dass die Vorderreifen zu heiß werden und das Auto dann immer bösartiger zu übersteuern beginnt. Was Niki Lauda dagegen macht, ist, dass er das Rennen mit fast kalten Reifen beginnt. Er hat seine Reifen heute früh nur fünf Runden lang eingefahren. Die Konkurrenz wärmt Reifen 30 Runden lang auf, bis sie damit dann ins Rennen geht. Niki Lauda hat seine Reifen nur fünf Runden lang eingefahren. Er sagt, ich beginne mit einem sehr stark übersteuernden Auto, bedingt durch das Übersteuern der kalten, frischen Vorderreifen. Und wenn dann irgendwann im Laufe des Rennens die Untersteuertendenz einsetzt, dann hoffe ich, dass mein Auto halbwegs neutral sein wird, also neutral liegen wird. Und dann hoffe ich, dass ich den Vorsprung, den ich mir vielleicht mit sehr viel Einsatz bis dahin herausgefahren habe, dass ich diesen Vorsprung dann gegen die anderen, gegen die Verfolger behalten kann. Niki Lauda nimmt ein sehr großes Risiko auf sich. Das ist ihm ganz bewusst. Er hat gesagt, ich weiß, dass ich einen sehr, sehr schweren Beginn des Rennens haben werde. Aber ich muss alles riskieren, denn ein dritter, vierter Platz oder sonst etwas nützt mir ja punktemäßig überhaupt nichts. Für mich zählt heute nur ein erster oder ein zweiter Platz wegen des Gewinns von ein paar zusätzlichen Weltmeisterschaftspunkten. Alles andere, Herr Klauder, wäre ihm wurscht. Ich bin nur zwei Regattoni. Das ist der Franzose Patrick de Payet mit dem sechstredrigen Tirell. Er war Zweiter in Schweden hinter seinem Teamkameraden Jody Schechter. Drei Minuten noch bis zum Start. Patrick de Payet, er trägt von allen französischen Piloten die größten Hoffnungen seiner Landleute. Noch niemals, seit es die Formel 1 Weltmeisterschaft gibt, und das ist die Mensch schon seit 1950, hat ein französischer Fahrer den großen Preis von Frankreich gewinnen können. Und jeder der Franzosen, ob De Payet oder Lapid oder Jarrier, möchte eben der Erste sein. Letzter französischer Fahrerzieg in einem Grand Prix von Frankreich 1949, Louis Chiron der Monégasse, hat damals auf einem Talbot in Rollen gewonnen. Der französische Grand Prix hat in seiner abenteuerlichen und abwechslungsreichen Geschichte schon 19 verschiedene Austragungsorte. Le Castellet ist der modernste in den letzten sechs Jahren viermal Austragungsstätte des Grand Prix von Frankreich. Die sicherste und modernste Grand Prix Rennstrecke von Europa. Streckenbreite durchgehend zwölf Meter und fast überall sehr viele Sturzräume. Im Bild noch einmal die Startaufstellung. Sie müssen sie von unten lesen. Hans und Lauder, De Payet und Regazzoni, Pace und Pettersson, Andretti und Watson, Schechter und Reutemann, Brambilla und Nilsson, Lafitte und der deutsche Jochen Maas, Besitzer des runden Rekords in Le Castellet mit einer Minute 40,60 Sekunden. Wir fahren im folgenden Jahr in diesem dramatischen Freikampf lauter Handmaß. Zweieinhalb Sekunden trennten damals die drei ersten Autos auf dem Zielstrich. Das war der knappste Grand Prix des Jahres. Nummer 11, James Hunt. Er kämpft nicht nur heute um den Ziel im Grand Prix von Frankreich, sondern morgen Montag noch einmal in Paris vor dem obersten Sportgericht um seine neun Punkte aus dem großen Preis von Spanien. Sie erinnern sich alle an die Disqualifikation des McLaren-Piloten, weil das Heck seines Autos um ein paar Zentimeter zu breit gewesen ist. Morgen geht es in Paris in die letzte Instanz. Und James Hunt und sein Teamchef Teddy Meyer werden nichts unversucht lassen, werden noch einmal versuchen, diese neun Punkte von Spanien nachträglich zugesprochen zu erhalten. Eine Chance, die aber als sehr gering zu bezeichnen ist. Im allerschlimmsten Fall aus der Blickrichtung von Niki Lauda würden dem Österreicher drei Weltmeisterschaftspunkte weggenommen werden. Dann hätte er statt den neun spanischen Punkten sechs. Aber wie gesagt, die Chance, dass der Protest von McLaren durchkommt, steht nicht besser als 99 zu 1. James Hunt ist in Le Castellet immer gut gefahren. Vor drei Jahren hier sein erster Weltmeisterschaftspunkt überhaupt. Sechster Platz damals mit dem March des Heskett-Teams. Ja, und folgendes Jahr der große Kampf mit Niki Lauda ums der zweite Platz. Die Anfangsphase des Grand Prix von Frankreich wird extrem wichtig sein. Sie erinnern sich vielleicht, Niki Lauda hat voriges Jahr mit einem Blitzstart alle seine Verfolger abgeschüttet, auf der Mistral geraten, aus seinem Windschatten gebeutelt und ist nach der ersten Runde mit einem Vorsprung von zwei Sekunden zurückgekommen. Damit hat er bereits den Windschatten gebrochen und hat den anderen davonfahren können. Bis ihm allerdings James Hunt, der durch einige Autos aufgehalten war, die dazwischenlagen und die gebremst haben, bis James Hunt dann zu ihm aufgeschlossen hat. Jack Stewart hat hier 1971 für seinen Sieg nach der ersten Runde bereits einen Vorsprung von drei Sekunden gehabt. Nummer zwei Reaktion in Nummer acht, der Preppem-Alfa Romeo von Carlos Pace. Die Preppem-Alfas nach den March waren die schnellsten auf der Geraden. Aber noch einmal, diese Top-Speed-Höchstgeschwindigkeitsmessungen auf der Mistral geraten sind relativ, denn Vittorio Brampilla zum Beispiel fuhr zweimal genau die gleiche Rundenzeit, einmal mit absolut flachen Malsotts, also waagrechten Heckflügel und 312 kmh später auf der Geraden und das andere Mal mit einem sehr starken Neigungsflügel mit nur 286 kmh auf der Geraden. Aber dafür schnellende Kurven und die Rundenzeitung darauf kommt es schließlich an. Ist dann die gleiche geblieben. Weltmeisterschafts-Titel standen nach 7 von 16 Läuten, Lauder 55, Schechter 23, Tröpfer je 20, Regattoni 16, Mars und Lafitte je 10 Punkte. Die Standzeremonie erfolgt hier wieder nach dem sogenannten Ampelsstarren, also nicht mit einer Flagge. Man hat hier eine Brücke und wenn auf dem Rot liegt, dass da grünlich wird, dann ist der Brenne freigegeben, dann beginnt der große Breite von Frankreich mit dem 1. EWM 16.19, das rekrutiv die Brenne geht. Dann ist das hier um 5. Flicklauber vor, Schimt Hand in Führung, Zweitens vorne geschoben hat sich der Nischie Matra, des Franzosen Jacques Lappin. Lauda Hand, Regazzoni, Depayet und dann der Schwede Ronny Pettersson. Ein Start diesmal ohne Remplarein. Sie erinnern sich an Monte Carlos, an die Kollision zwischen Carlos Reutemann und El Schonson hier. Das Feld zum ersten Mal in der langen Geraden vom Mistral, 1,8 Kilometer lang auch genannt, die Gerade der Wahrheit. Lauda vor James Hunt. Sie sehen, wie Lauda versucht, die Verfolger aus dem Windschatten zu schütteln durch dieses Zing-Zack-Fahren. Sein Vorsprung auf James Hunt hat sich dadurch etwas vergrößert. Dieser Windschatten wirkt wie ein Gummiband, an dem der Verfolger vom vorne liegenden Auto gezogen wird. Die Verfolger aus dem Windschatten des Zing-Zack-Fahren. Sie sehen, wie Sie die Verfolger der neuen Autozölle gezogen wird. Die Verfolger aus dem Windschatten, beantrekt wie das Klima. Sie sehen, wie Sie die Gelegenheit, die Verfolger aus dem Windschatten. Die Verfolger aus dem Windschatten, die Verfolger aus dem Windschatten, die Verfolger aus dem Windschatten. Ich weiß nicht, ob Sie mich bei diesem internalischen Lärm verstehen konnten, denn ich sitze hier zehn Meter neben der Rennstrecke im Freien. Und sollten Sie irgendwelche Zonstörungen haben, meine Damen und Herren, da muss ich mich jetzt schon bei Ihnen dafür entschuldigen. Aber wir sitzen ohne Kabine hier direkt im Freien und die Autos fahren in einer Entfernung von zehn Metern an uns vorbei. Reisfolge also nach der ersten Runde im großen Preis von Frankreich. Erster Lauda, zweiter Tant, dritter Regazzoni, vierter Petterson, fünfter Depayet, sechster Wortschritt, sieventer Schechter, achter Nafit, neunter Parche, zehnter Reutemann, neunter Maas, zwölfter Brantilla, dreizehnter ist Mario André, im vierzehnter Hans-Joachim Stuck, fünftzehnter Gunnar Nilsson, sechzehnter Tom Preiss, siebzehnter Jean-Pierre Charrier mit dem Shadow. Es hat sich also an der Reihenfolge, wie sie am Start war, nichts Wesentliches geändert. Der Vorsprung von Lauda allerdings war bei weitem geringer als vor einem Jahr nach der ersten Runde. Er war eine Sekunde genau voriges Jahr, was ich glaube ein Dreiviertel. Die zweite von 54 Runden geht weg. 2,8 Sekunden betrug der Vorsprung von Lauda auf James Hunt nach dieser zweiten Runde. Unverändert, erster Lauda, zweiter Hans, dritter Regazzoni, vierter Petterson, fünfter Depayet, sechster ist jetzt Checkter, siebenter Wortschritt, die beiden haben die Plätze getauscht. Dann Blattwechsel auch zwischen Lafitte und Pace. Pace ist das achter, Lafitte neunter, Reutemann verändert, zehnter. Dahinter Maas, Bratilla, Andretti, Stuck, Preiss, Nilsson, Jarrier, Merzario, Iggs, Fittibaldi, Fescarolo und Leclerc. Dann Blattwechsel auch zwischen Lafitte, Stuck, Preiss, Nilsson, Jarrier, Iggs, Fittibaldi, 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 Fittibaldi. Ende der dritten Runde. Ende der dritten Runde. Ende der dritten Runde. Ende der dritten Runde. Ende der dritten Runde, Stuck, Preiss, Nilsson, Jarrier, Wettbewerbe, Mauder hat wieder eine Sekunde dazu gewonnen, 3,8 Sekunden ist jetzt sein Vorsprung auf James Hunt. Dieses Fahren über die sogenannten Curbs, diese Randsteine, schadet dem Auto einigermaßen, weil man das in jeder Kurve und in jeder der 54 Runden tut. Sie sehen, die Fahrer nützen einfach jeden Zentimeter der Strecke aus, um zusätzliche Zeit zu gewinnen. Das Wichtige ist, dass man diese Kerben nur in Kurvenausgängen befährt und nicht in Kurveneingängen. Und wenn man es in Kurvenausgängen macht, dann muss man voll auf dem Gas bleiben. Man darf einfach nicht den Gasfluss geben, man darf nicht lupfen, weil das Auto sofort instabil werden würde. Ganz am Ende des Feldes ist der Endsein mit dem Belgier Patrick Neff, der Chris Eamon ersetzt. Eamon stand nach den Ereignissen der letzten Wochen, seinen Unfällen und seinen Geldkrieg am Rand eines Nervenzusammenbruchs und ist seit seinem Sturz in Schweden noch nicht wieder völlig hergestellt. Letzter ist der Patrick Neff und vor ihm der Österreicher Harald, er hat wohl vor Letzter. Der Patrick Neff und vor ihm der Österreicher Harald, er hat wohl vor Letzter. Ja, und jetzt kommt der Österreicher Erzl an die Boxen. Er war an sich für den Französischen Grand Prix nicht qualifiziert. Er hat sich als 27. einfach an den Start gespugelt. Nur die 26 Schlenksten durften den Rosenpreis von Frankreich in Angriff nehmen. Und ich nehme an, dass von Erzl die schwarze Flagge gezeigt und ihn aus dem Rennen genommen hat. Keine Änderungen nach der vierten Runde. Unverändert die ersten 10. Lauder, Hans, Regazzoni, Pettersson, Depayet, Schickter, Watson, Pace, Lafitte und Reutemann. Diese Übersteuerungstendenz am Ferrari von Niki Lauder können Sie selbst beobachten. Man hat immer wieder das Gefühl, dass der Wagen ganz leicht mit dem Heck in den Kurven ausbricht. Das ist dieses typische Merkmal eines übersteuernden Autos. Und in der Box, Sie haben ihn sicher schon erkannt, Nummer 24, der Headskate von Harald Erzl. Und von Lauder bereits sieben Sekunden. Die Taktik des dreidischen Westmeisters ist also ein bisschen voll und ganz aufgegangen. Sieben Sekunden Vorsprung nach dieser fünften Runde. Er hat längst die Verfolger von James Hunt angeführt, aus seinem Windschatten geschüttelt. Dieser Windschatten wirkt nur 150 Meter. Und es hat den Anschein, als könnte Lauder in den nächsten Runden diesen Vorsprung noch vergrößern. Allerdings, er fürchtet ja, dass sich der Ferrari im Verlauf dieses Rennens, was sein Fahrverhalten betrifft, drastisch verändern könnte. Aber bis dahin zu hoffen, ich habe es Ihnen am Anfang erzählt, dass der Schutzpolster zeitmäßig betrachtet groß genug sein wird. Eine andere Sache ist natürlich, dass sich das Gewicht der beiden Autos des Ferraris von Lauder und des McLaren von Hansen im Verlauf des Rennens immer mehr angleichen wird. Weil der Ferrari ja 50 Liter mehr Benzin an Bord hat als der McLaren. Weil er jetzt im Augenblick ungefähr 40 Kilogramm schwerer ist als der McLaren. Hand angegriffen von Regasoni, der Interfessor für bei jedem Fektor. Sehr hart, sehr platziert. Und Stuck. Und Stuck. Und Stuck, und Stuck. Jetzt der zweite an den Boxen und zwar ist das der deutsche Jochen Maas, der an elster Stelle liegend an die Box gefahren ist, aber jetzt wieder das Rennen fortgesetzt hat. Jochen Maas, der Besitzer des offiziellen Rundenrekords auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich. 6 von 54 Runden sind gefahren, ein 9 der Distanz ist absolviert. Drei Folge, Lauderhand, Regazzoni, Pettersson, dann die beiden 6 Rassieren von Depay und Schechter, dann Watson, Pace, Lafitte, Reutemann, Bravilla, Stuck, Andretti, Price, Nilsson, Jarrier, Merzario, X, Fittibaldi, Jones, Pescarolo, Leclerc, Langer, Edwards und am 26. und letzter Stelle im Augenblick der Belgier Patrick Neve. Checkt Colossius 90, der Vorschuss von Lauder auf Assen. Sie ist Reutemann, dann Bramilla, Stuck, und Andretti. Da hinter von Freis in dieser Gruppe wird sehr stark gefressen im Moment. Ja. 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 Und hier sehen Sie auch, ob sich den großen Vorsprung, den Lauder am Beginn der Mistralgeraden auf James Hunt bereits herausgefahren hat. Hunt und Regazzoni setzen sich jetzt vom Ronny Pettersson etwas ab. Ja. 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 Bisher schnellste Runde im Rennen, Niki Lauder mit 1,51, 0, 0. Das ist knapp über dem Rundenrekord von Jochen Maas aus dem vorigen Jahr. Ja. 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 Der Kampfer, Villa Reitemann, Ducca, Drecki, dahinter, Freit, Jalier, Persario, und Gunnar Nilsson, der Schwede, fährt an die Box. Das ist Gunnar Nilsson, er war Sensationszweiter im großen Breit von Spanien nach der Disqualifikation von Hand hinter Niki Lauda. Das waren die ersten Weltmeisterschaftspunkte für Rotus nach langer, langer Zeit. Grund für den Boxenstock von Jonathan Maas war eine demolierte Frontpartie eines McLaren, möglicherweise heraufgeschworen durch eine leichte Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Im Training hat es eine einzige Kollision gegeben, und zwar zwischen Jalier und dem Iren Damien Mellie, der sich für das Rennen nicht qualifizieren konnte, im Bild Gunnar Nilsson in der Box. Schon im schwedischen Grand Prix nicht ins Ziel gekommen, nach fünf Runden Damien in der Kurve vor den Boxen, vor den Augen von Colin Chapman ein Dreher gegen die Boxenmauer gekraft und damit aus dem Rennen ausgeschieden. Schaut auf heute nach einem Ausfall aus. Bei Lotus ging schon im Training drunter und drüber, drei Getriebe schämen, zwei bei Andretti und einer bei Nilsson. Niki Lauda fehlt, meine Damen und Herren, und schämen kann für Sie. Niki Lauda irgendwo draußen auf der Strecke auf den Strecke geflogen. Dramatische Wendung in Fotobreitung in Frankreich. Niki Lauda nach der neunten Runde ist nicht mehr vorbei gekommen. Dramatische Wendung in Fotobreitung in Frankreich. Ja, jetzt kommt auch die Bestätigung über den Lautsprecher. Niki Lauda hat gestoppt und zwar nicht lange nach der Start-Zielgeraden. Und das deutet an sich auf einen Motorschaden hin. Lauda hatte schon gestern im Abschlusstraining einen Motorschaden, zehn Minuten vor dem Trainingsende, ein Schalten. Fehler war es, der dritte Gang ist ihm herausgesprungen und damit hat Lauda die letzten zehn Trainingsminuten den Kampf um die Pole Position nicht mehr mitmachen können. Ja, und heute der erste Ausfall von Niki Lauda in einem Rennen nach langer, langer Zeit. Sie wissen ja, Lauda hat zuletzt nicht weniger als 17 Grand Prix Rennen ohne Unterbrechung beendet. Davon zehn als Sieger, zwei als Zweiter, drei an dritter Stelle, einmal als Sechster und einmal folgendes Jahr im Grand Prix von England in Silverstone als Achter. Ja, und jetzt müssen wir natürlich lange zurückdenken, wann ist Niki Lauda letztmals in einem Grand Prix ausgefallen. Warten wir noch zehn Runden ab, denn die ersten Autos sind vorbeigekommen. Hans als erster Regasoni als Weißner. Fühner Pedro Sop, vierster Sızcaldeur G1, sch wordtnilly, sechsster Entertainment, sechsster!, sechster Washington, yä Colonel2, & Amy deja Trekker, false Plan, confirmwärts echter Dann 5. und ab, Season 4, 19,9, convergent 때는 Stuka, der sich also um ein paar Plätze nach vorne geschoben hat, fünfze alter Reuters one, fünfze alter Weißner G1, und vierze�로 Schalier, der Starion gibt es noch ein paar Plätze für�urasen, einsze Stern, Letzter Ausfall von Niki Lauda in einem Formel 1 Rennen überhaupt war im Frühjahr im Ressenspiel für den Brennfeld. Ein Rennen, das allerdings nicht zur WM gesetzt hat. Niki Lauders letzter Ausfall in einem WM Grand Prix war voriges Jahr in Barcelona in jenem Unglücks Grand Prix, als Mario Andresis 200 Meter nach dem Start in der ersten Kurve angefahren hat. Lauda musste damals ausscheiden. Unverschuldet. Davor drei Rennen hintereinander beendet. Der letzte Ausfall von Niki Lauda ohne Carambolage war der große Preis von Amerika in Watkins Glen 1974. Und hier sehen wir den Österreicher mit seiner Frau Marlene in der Box. Niki Lauda erstmals ausgefallen nach 17 großen Preisen. Ja, Watkins Glen 1974, damals hat Lauda nach drei Boxenstoffs das Rennen freiwillig aufgegeben, als man ihm vom tödlichen Unfall seines Landsmanns Helmut Koinig berichtet hat. Davor ein Ausfall von Niki Lauda in der Unfall von der Strecke gerutscht. Und der letzte Ausfall wegen eines Defekts war Monster 1974. Und das war ein Rennen motorschach. Erster Ausfall von Niki Lauda wegen eines Defekts von seinem Ferrari, also seit Monster 1974. Und das ist immerhin fast drei Jahre her. Ja, aber irgendwann einmal wusste Niki Lauda's Gold eine Serie abreißen. Und darüber hat auch er sich nicht in die Visionen gemacht. Schade, dass es in so hervorragender Position passiert ist. Niki Lauda in Führung liegen. Nach neun Runden im Grand Prix von Frankreich ausgeschieden, nachdem er auf James Hunt in den Vorsprung von 7,8 Sekunden herausgefahren hatte. Platztausch im Kampf um den dritten Platz. De Payet unter dem Jubel seiner französischen Landsleute jetzt dritter und Ronny Pettersson vierter. Die ersten Hand in Führung. Regazzoni zweiter, De Payet dritter, Pettersson vierter, Schecter fünfter, Watson sechster, Pace siebender, Lafitte achter, Brampilla neunter und Stuck zehnder. Dann echter Reutemann, zwölfter Andretti, dreizehnter Preiss, vierzehnter Charrier, fünfzehnter Merzario, sechzehnter X, siebzehnter Fittibaldi, achtzehnter Jones, neunzehnter Leclerc, zwanzigster Pescarolo, einundzwanzigster Langer, zweiundzwanzigster Edwards, dreiundzwanzigster Langer, zweiundzwanzigster Edwards, dreiundzwanzigster Leclerc. Getriebe schausten. Lafitte, dahinter Stuck, Reutemann und Andretti. Die Abstand stand zu Tom Price und Charrier mit den beiden Fedos und Merzario. Wieder der führende James Hans, und hinter ihm ist der Regazzoni, der jetzt die Ferrari-Holmung jetzt ganz alleine tragen. Hans mit dem McLaren Regazzoni, mit dem Ferrari-Zepaillé, mit dem Tirel-Petterson, mit dem Margin, und schenkt er mit dem Tirel vier verschiedene Marken auf den ersten fünf Plätzen. Ich weiß nicht, ob Sie bei dem Merz verstehen konnten. Die Ursache für den Boxenstopp von Jochen Maas wechselt der Schnauzhäuser der Frontpartie. Ursache für den Ausfall von Gunnar Nilsson, Getriebeschaden, nach drei Getriebeneffekten sei Lotus bereits im Training. James Hans führt also zum ersten Mal seit Madrid-Charama wieder einmal in einem Grand Prix. Und sein Vorsprung auf Clay Regazzoni ist in dieser Runde ein bisschen größer geworden. 1,8 Sekunden zwischen Hand und Regazzoni. Andretti und Reutemann haben also die Plätze in der letzten Runde getauscht. Dann rennt jetzt dieser Räutemann-Echster. Ein Vorteil des Megbarn-Gehirn in Leukastini ist würdigerweise das Sechsgang-Betriebe. Die anderen haben ja nur fünf Gänge und ich will noch einmal die ausgeschiedene Niki Lauda. Noch einmal letzter Ausfall Niki Lauders wegen eines technischen Defekts Monza 1974. Damals hat der Motor überhitzt. Es war ähnlich heiß wie heute in Le Castellet in Südfrankreich. Und letzter Ausfall Lauders überhaupt seit dem spanischen Grand Prix folgendes Jahr angefahren damals von Mario Andretti beim Anbremsen der ersten Kurve. Normalerweise fällt man mit einem sehr guten Auto in drei Rennen einmal aus. Also die Ankunftsquote, wenn man sehr gut ist, beträgt 66 Prozent, zwei Drittel. Lauda hat aber in den letzten 17 Grand Prix-Rennen ohnehin sämtliche Rekorde geschlagen. Hand vor Regazzoni am Ende der 14. Runde. Patrick Defoyer, dann TZ von 3 Hektar, 28 Kotsen, 8 Kotsen und das letzte Verfolger-Pulg Schakler-Pist. Dann allein fahren Frappilla. Stubb. Jetzt liegt wieder Handruz Regazzoni. Stubb. Niki Lauda im Gespräch mit Ferrari-Chef-Ingenieur Mauro Forgieri links im Bild. Und zwischen den beiden ist Ingenieur Tomaini, der Stechvertreter von Forgieri, der früher den Ocella Formel-2-Wagen konstruiert hat. Ingenieur Forgieri hat hier im Training schon ein Experiment gewagt. Er hat Kottflügel montiert neben den Lufthutzen, die den vorderen Scheibenbremsen mehr Kühlluft zuführen sollen. Die technischen Kommissäre der G7 waren aber dagegen, haben sämtliche Ferrari-Trainzeiten aus dem ersten Training anzuliert. Es war aber relativ genauer auf Regazzoni, fuhr die zweiten Training ohnehin um eineinhalb Sekunden schneller. Der Fahrzeug der Fahier hat sich von Fetason und Sektor gelöst und verpflichtet zu den Fahns und Regazzoni ausgerichtet. Binder Brambilla, der schnellste auf der Geraden im Training. Der mit sehr viel einsatzfahrende Stuttgart. Der mit sehr viel einsatzfahrende Stuttgart. Der mit sehr viel einsatzfahrende Stuttgart. Die Zwischenstände nach der 15. Runde. Erster also Hans, zweiter Regazzoni, minus 1,8. An der dritten Stelle Depayet, minus 6,5 Sekunden. Vierter Peterson, minus 9,5 Sekunden. Fünfter Schechter, sechster Wotten, 7,23. Das ist Patrick Depayet, der an dritter Stelle liegt. Schechter ist jetzt vierter und 10er Son auf den fünften Platz zurückgefallen. Sechster Wotten, 7,23. Achter hier nach 10. Runde, Nummer 26. Platzdauer, also zwischen Schechter und Petterson. Die 6-Radierin werden mit fortdauernden Stuttgart aufzusichtlich immer stärker. Dramatische Tastik. Dramatische Tastik. Dramatische Tastik. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Der zweite Ferrari ist nicht mehr im Rennen Regazzoni von der Strecke abgekommen und dann ist die ZDF jetzt an der zweiten Stelle Ja, hier haben sie Regazzoni ausgestiegen, auch für ihn der große Preis vom Brandrein beendet, keiner der beiden Ferrari im Team Das Gerät von Regazzoni ist passiert in der 18. Runde, als er an einer Verweiterstelle gelegt ist mit einem Rückstand von einer Sekunde auf Chemnach Einer jener Fahrseeler, wie sie dem großen Kämpfer Regazzoni hin und wieder passieren Eingang dieser Kurve, das ist die vorletzte Kurve vor der Zielgeraden Regazzoni von der Strecke abgekommen Und jetzt, wie schon so oft für den Schweizer in seiner abendmeuerlichen Grandrein-Fahrerkarriere, der lange bittere Fußmarsch zurück in die Ferrari-Box Regazzoni schon in Monte Carlo von der Strecke abgekommen Damals ist er mit einem Hinterrad an den Leitplanken angekommen Ganz leicht, nur der Wagen ist sofort quer gestanden und ist gegen die gegenüberliegende Barriere gerutscht Regazzoni hat heuer schon einen Grand Prix gewonnen in Long Beach in Kalifornien Tja, damit also erster Hand, wie zuerst, aber an der zweiten Stelle jetzt Patrick Detaillier Und dritter Jody Schecter, also die 6-Rat-Tirel, an der zweiten und dritten Stelle hinter dem Führerenten-Vertrag von James Hunt Die Ercheckster von Caterstone, der Führerenten-Vertrag von Caterstone und der Frasso-Gast nach Kieb Der Führerenten-Vertrag von Caterstone und der Frasso-Gast nach Kieb Das ist auch optisch hier noch einmal Regazzoni, jetzt überquert er ganz schnell die Windstelle Um hinüber zu laufen und an der Ferrari-Box Bericht zu erstatten Hand, Depayet, Schecter, Peterson, Watson und Parche die ersten 6 Hand und Depayet, wie gesagt, 8 Sekunden Immer weiter nach vorne kommt Mario Andretti, der in der vorigen Runde den deutschen Hans-Joachim Stuck überholt hat Und jetzt 9er ist So, schauen wir uns noch einmal die Reihenfolge nach 19 Runden an Erster Hans, zweiter Depayet, dritter Schecter, vierter Peterson, fünfter Watson, sechster Parche, sieventer Lachis, achter Brampilla, neunter Andretti, zehnder Stuck, extra Reutemann, zwölfter Preiss, dreizehnder Charrier, vierzehnder Castario, fünchzehnder X, sechzehnder Joe, fünchzehnder Treudi, achtzehnder Lecner, neunzehnder Sankar, 20. Edward, 23. Pescarolos, 22. Mars und 23. Neve Scheißluftstudie des Türen, den klaren M23 von James Hansen Es ist nicht vom Glauben aber wahr, dieses Auto ist bereits drei Jahre alt Noch eine Studie von Patrick Depayet Der sechsrädrige Wagen lag am Kurvenausgang deutlich unruhiger als der McLaren Und das gleiche Ding für Schecter und Setterson, zum Teil auch für Watson Schauen wir Carlos Parche Der Breppem Alfa BD45C lag unruhiger als die Autos vor ihm Breppem hat seit dem schwedischen Grand Prix sehr viel am Chassis gearbeitet Man will nach den vielen Entäufen in den letzten Rennen endlich wieder etwas nach vorne kommen Und Parche war im ersten Training hier in Le Castellet Der schnellste überhaupt Die 200 Testrunden, die er vorige Woche hier abgespult hat, haben sich bezahlt gemacht Der zurückkommende Clay Regazzoni Und das ist der ausgeschiedene Copazooka von Amazon Fittibaldi Sie sehen, dass der Wagen vorne an der Schnauze etwas beschädigt ist Cittibaldi ist bei Copazooka nicht mehr glücklich Trotz seines enormen Gehalts von einer Million Dollar für zwei Jahre Neun Millionen Schill pro Jahr Cittibaldi hat jetzt noch zum ersten Mal durchblicken lassen, dass er nächstes Jahr möglicherweise für ein anderes Team fahren wird Nochmal ist der T2 von Clenegastoni, der von der Strecke abgekommen war vermutlich durch einen Fahrfehler des Schweizers. Wann sind zuletzt in einem Grand Prix beide Ferrari ausgeschieden? Auch das war in 1974, jenem dramatischen Rennen, in dem sowohl Lauda als auch Regazzoni, die Weltmeisterschaft, schon griffbereit vor den Händen hatten. Beide sind in führender Position ausgeschieden, beide hatten Motorschaden damals. Erst Lauda und dann Regazzoni. Für die Spannung des weiteren Weltmeisterschaftsverlaufs ist der Ausfall von Lauda und Regazzoni möglicherweise ein Vorteil. So werden sicherlich die englischen Teams denken und man darf ihnen darüber eigentlich nicht böse sein, auch wenn ich Lauda völlig zurecht sage, ich fahre Graubi-Rennen und die Weltmeisterschaftsgewicht, um wirklich viel Siege zu holen. Ob die Rennen durch meine Siege spannender oder langweiliger werden, das ist mir eigentlich geimpft. Der zweite Ferrari Fußgeher, Cleo Regazzoni, neben ihm Mauro Quagliari. Le Castellet galt schon immer als Anti-Ferrari-Strecke, aber das hat man im Moment des vorjährigen Vicky-Lauda-Sieges einfach vergessen. Statistik beweist, aber Ferrari war hier in Le Castellet noch nie besonders glücklich. Statistik beweist, aber Ferrari war hier in Le Castellet noch nie besonders glücklich. Übersetz, aber Ferrari war hier in Le Castellet. Damit wir Regazzoni nicht unrecht tun, von den Boxen herüber dringt eine Vermutung, dass Regazzoni wegen eines weggegangenen Motors von der Strecke abgekommen ist und nicht wegen eines Fahrfehlers. Ich kann Ihnen das vielleicht im Laufe unserer Übertragung noch genau abklären. Jetzt sind Sie bei Spirels hier, bei je 3 Hektar, dann sind Sie bei der Strecke, abgeschwarzt die Boxen, Abpache und dann Laphitz. Der bestplatzierte 12 Zylinder im Augenblick, also der Preppemalpha von Carlos Pache, der an Achterstelle liegt, vor Laphitz mit dem Vichy Matra 12 Zylinder. Das erste konventionelle Auto ist der Marge von Pettersson an 4. Strecke. Der Vichy Matra von Hans hat 6 Gänge, die Virels von dem IE und Sektar haben 6 Räder. Ja, und die Wagen von Pache und Laphitz haben 12 Zylinder. Vorsprung von James Hunt auf Patrick Depayet, 9 Sekunden. Hunt fährt im Moment also um eine Spur schneller als der ihn verfolgende Franzose. Depayet scheint Spezialist auf zweite Plätze zu sein, schon dreimal zweiter in seiner Karriere. Zweimal in Schweden, hinter Sektar heuer und vor zwei Jahren. Und dieses Jahr beim ersten Saison Grand Prix in Brasilien, zweiter hinter Sektar. Depayet also noch ohne Sieg in einem Grand Prix. Seitdem Checkt er wieder von Bolls. Das ist ein B fazendo3 kappel. Auf den Windschatten jetzt Arlo Fas. Und auch Schlag Fitt. Der Rückstand des Lichematter von Lafitte auf den führenden Hand, 23 Sekunden. Der Rückstand des Lichematter von Lafitte auf den Lichematter von Lafitte, Grund für den Ausfall von Emerson Fittibaldi kein Öldruck mehr. Fittibaldi damit genauso ausgeschickt ist die Vertreibung. In Schweden damals Aufgabe des Fahrers, wegen unfahrbaren Autos, das Auto war nicht mehr auf der Straße zu halten, das ist der Fittibaldi. Für die deutschen Zuschauer etwas über Jochen Maag, er hat bereits Neb und Etwas überholt und hat sich auf den 19. Platz nach vorne geschoben, nach seinem Boxenhals zum Auswechsel, der Schnauze. Und Hans-Joachim Stuck liegt an der zehnten Stelle nach einem abenteuerlichen Training, nach zwei Mutterschäden und nach einem gebrochenen Radträger recht hinten im Training. Jim's Hand fährt ein fehlerloses Rennen. Er hat nach zehn Sekunden in der letzten Woche die Westen, seit Neufels und Spanien, wieder seinen Kampf moral gefunden. Anfährt immer schneller, zehn Sekunden Vorsprung, auf unser Paillet. Nach 25 von 54 Runden, also knapp 20, vor Halbzeit in Grandry von Frankreich. James Mann, zehn Sekunden vor Patrick Depayet in Führung, dann unmittelbar hintereinander Schecta, Pettersson und Wotten. Sechster Parche, siebender Lafitte, achtster Bramfilla angegriffen bereits von Mario Andretti, 10. Stuck, 11. Reutemann, 12. Preis, 13. Merzario, 14. Charrier, 15. X, 16. Jones, 17. Leclerc, 18. Langer, 19. Mars, 20. Edwards und 21. Leclerc. Das bekannte Bild hinter dem Dreierpult, Sector, Pettersson und Wotten, Marsche und im Bild Jacques der Pille. Und noch einmal die Erinnerung, noch nie in der Geschichte der Rechtsmeisterschaft hat ein französischer Fahrer, einen französischen Grand Prix von Westmeisterschaft, der gewinnen können. Schichthand hat zum ersten Mal einen Konkurrenten in diesem Rennen überrundet und war Nummer 22, denn welcher Patrick Mäse im Endsein von Chris Eamon. Chris Eamon, ich habe es Ihnen gesagt, zu Hause geblieben in England, wegen seiner noch nicht aufgeheilten Stürzverletzungen vom schwedischen Grand Prix. Schichthand Pettersson-Wotten, der Alp-Reikampf schmiert sich immer mehr zu und immer mehr am Boden verliert, alles fahrt hier mit dem Fahrt. oder wie sonst nicht auf dem Fahrt. Die Alp-Reikampf schmiert sich immer mehr am Boden verliert. Die Alp-Reikampf schmiert sich immer mehr am Boden, bis jetzt auf dem Fahrrad rung her durch diemiyorumdauer. Schichthandel und schichthandel, bei uns zur ersten Mal im Ohr-Reikampf schmiert sich immer mehr am Boden verliert. Musik Musik Und Ronny Boutnoson sich 200 Meter lang gedreht hat, bis er in den Leitplanken aufgeschlagen hat. Musik Jody Schechter, Ronny Wendertal und Sean Fox. Jody Schechter, Lachim Schifter. Lachim Schifter. Wieder ein Wagen in der Box und zwar der an neunter Stelle gelegene Italiener Vittorio Brampilla. Das schnellste Auto aus der Geraden von Le Castellet, also momentan in den Boxen Nummer 9 Brampilla. Damit ist Andretti jetzt aufgerückt auf den achten Platz. Neunter, Stuck, Sechter, Reutemann. Zeitluftstudie des führenden Engländer Schechter. Ja, man kann sagen, seit des spanischen Autos war der McLaren nicht mehr wirklich konkurrenzfähig. Man hat auch im Team einiges Zeit gebraucht, um die Depression der Disqualifikation von Spanien, auch wenn sie hundertprozentig zu Recht erfolgt ist, aufzuschütteln. 29 Runden absolviert, 25 Runden noch zu fahren, im großen Preis von Spanien. Hand auf McLaren, dann die Sechsrad-Tirels von Depayet und Schichter. Der Marge von Pettersberg, der Benke von Wottenhoff, der Bretter und Alfa Romeo von Carlos Marce. Sieg der Sechs, Siemter, Lappin, Achtter, Andretti, Neunter, Stuck, Zehnter, Reutemann, Elfter, Dreis, Zwölfter, Mertario, Dreizehnter, Scharrier, Vierzehnter, X, Fünzehnter, Schaum, Sechzehnter, Leclerc, Siebzehnter, Lange, Achtzehnter, Maas, Neunzehnter, Edward, und Zwanzigster, Ne. Ausgeschieden Vittorio Brampilla wegen weggebliebenem Öldruck. Unglaublich aber wahr, Vittorio Brampilla hat in dieser Saison noch keinen einzigen Weltmeisterschaftspunkt erreicht. Brampilla Feuerstieger im großen Preis von Österreich. Feuer ausgeschieden. In sechs Rennen durch alle möglichen Gründe. Unfall, Schaltung, gebrochene Antriebswelle, gebrochene Aufhängung. Und zweimal, nicht in den Punkten, aber im Ziel, 8er in Südafrika und 9er in Schweden. Erste entscheidende Änderung im Dreikampf um den dritten Platz zwischen Schechter, Pettersson und Wotten. Wotten hat Pettersson überholt damit jetzt. Dritter Schechter, vierter Wotten und fünfter Pettersson. Wotten mit der Nummer 28 im Penke und beim PC4. Das ist ein neues Auto, das in Schweden seine Weltpremiere gefeiert hat, das allerdings nur 200 Meter weit gekommen ist. Bis zuerst ist der Wagen wegen festklemmenden Gasschieber von Österreicher abgekommen. Dreher von Jacques Lapid ausgeschieden. Offenbar auch der französische Nationalrennbahn der Ligier-Atlas. Lapid ist, das muss man sagen, in jedem Grand Prix für einen Dreherbuch. Hier erinnert sich vielleicht ein Dreher in Spanien. Dreher in Belgien, als er am dritten Stelle liegt, die führenden Ferraris von Lauda und Regazzoni bereits zu attackieren angefangen hat. Nummer 26, Jacques Lapid, also in der 30. Runde ausgeschieden. Er lag an der sieben Stelle. Ausgeschieden ist, vielleicht übertrieben. Möglicherweise hat sich Lapid hier bei diesem Dreher in die Fangzäune an seinem Wagen keine Schäden zugesogen. Aber an den Bildern können Sie feststellen, den Dicker, die Hände von Röckers gelegt haben. Auf jeden Fall würde es sich jetzt empfehlen, wenn Lapid einen Boxenstopp einschaltet, um wirklich genau nachschauen zu lassen, ob nicht irgendetwas an diesem Auto gebrochen ist. Denn das wäre auf der Mistral geraten bei Geschwindigkeiten von Andy 300 kmh sicherlich eine sehr, sehr gefährliche Sache. Ja, die Kamera ist bei diesem Dreher von Jacques Lapid leider nicht mehr rechtzeitig zur Stelle gewesen. Die nächste Stelle häufen sich jetzt in Le Castellet, unverändert führender James Hand auf McLaren. Zweiter Patrick Lefayet auf die Reihe, dritter Jodie Schechter auf die Reihe, vierter ist jetzt Jean-Paul. Zweiter, fünfter Ronny Fetterson. March, sechster Carlos Pace, Breitem Alfa Romeo. Und siebenter bereits der weit nach vorne gekommene Mario Andretti mit dem Lotus. Achter Handjahr im Stuck March, neunter Carlos Reutemann, Breitem Alfa. Zehnter Tom Price, Shadow, nechster Arturo Mercario March. Und zwölfter Jean-Pierre Carly Senos, dreißender ist Jones, vierzehnter X, fünfzehnter Leclerc, sechszehnter langer, siebzehnter Mars, achtzehnter Eichmann und neunzehnter Tess. Und der Mästige Bild mit der Nummer 23 wird gleich überwunden von Patrick Lefayet. Und das ist die Dreiergruppe, sechszehnter Wotzen, um Fetterson Wotzen mit diesem Bereich, sechszehnter anzugreifen. Wotzen kämpft hier um mehr als um einen dritten Platz, der kämpft um den Fortbestand der Finanzierung des Penske-Teams. Denn das amerikanische Bankunternehmen, das das Penske-Team seit dem vorigen Jahr sponsert, überlegt sich ein anderes Team fürs nächste Jahr zu suchen. Man will folgen wie Penske. Man spricht davon, dass Ronny Fetterson für garantierte 150.000 Pfund, das ist über den Daumen, 5 Millionen Schilling. Man spricht also das Fetterson für dieses amerikanische Bank-Institut im nächsten Jahr fahren voll und man würde sich ein eigenes Team suchen, möglicherweise McLaren. Im Bild Jochen Maas, im Zug seiner Aufholjagd, hat seine Postenstorfer in älbster Position. Im Bild Jochen Maas, im Bild Jochen Maas, im Bild Jochen Maas. Der Kampf um diesen dritten Platz ist noch lange nicht zu Ende. Ronny Fetterson hat jetzt den Penske von John Watson zurücküberholt. Also Fetterson vierter und Watson größter. Der Kampf dieser Weißfahrer ist ja aus dem speziellen Grund interessanter, das ist um einen Sponsor für das nächste Jahr, den ich Ihnen eben vor ein paar Minuten erzählen habe. Und falls Sie sich jetzt erst vielleicht in unsere Direktübertragung vom 8. WM-Lauf des Jahres den Raum hier von Frankl-Gelöckern TV einplätzen, voll zu sehen, So muss ich Ihnen gleich so sagen, dass der führende Michelauder nach 8 Runden mit einem Vorsprung von 7,8 Sekunden auf James Hunt ausschein musste wegen einer Motorexplosion. Und dass auch der zweite Ferrari-Fahrer, Clearing Astroni, in der 17. Runde ausgeschieden ist, vermutlich wegen eines festgegangenen Motors von der Strecke abgekommen, Fahrer unverletzt. Also beide Ferrari, die im Ausdruck von Frankreich ausgeschieden, in Führung James Hunt vor den beiden sechsräderigen Viren von Patrick Depayet und Jody Schechter, die allerdings in umgedrehter Reihenfolge vor drei Wochen den großen Preis von 7 gewonnen haben. Patrick Neb mit dem Endzeit Nummer 23 war von der Strecke abgekommen. Karlos Pace Nummer 8 macht aus diesem Dreikampf jetzt bald einen Vierkampf. Der Strecke abgekommen ist, Der Strecke abgekommen ist, Die Beine McLaren liegen jetzt auf der Straße hintereinander und zwar der deutsche Jochen Maas Nummer 12 und sein führender Stallgekehre. Rondi Pettersson ist jetzt dritter, schächter, vierter, postfünster, KJ Sechster. Hier Patrick Seppoyer, hinter ihm der überraschende St. Laffitte, der bei seinem Dreher sehr viel Zeit verloren hat und im Augenblick an der 17. Stelle liegt. Seppoyer ist scheiter und Laffitte 17. Der große Preis von Frankreich jetzt offensichtlich in seiner kämpferischesten Phase nach 35 Runden, 19 Runden vor dem Ende, erster Hand, zweiter De Payer, dritter jetzt Pettersson, vierter Schächter, fünster Wotten, sechster, vierter, sieben, herzliche, achter Stuck, neunter Leute macht sich der Preis, rechter Merzario, zwölfter Jones, der Jean-Pierre Charrier, der dreizehnter ihn überholt hat. Vierzehnter X, fünftzehnter Lenkler, sechzehnter Mars, siebzehnter Langa, achtzehnter Laffitte, neunzehnter etwas und zwanzigster ist Neve. Relativ wenig Ausfälle bis jetzt. Der Hitzeschlacht auf den großen Preis von Frankreich. Der Hitzeschlacht auf den Tempo kommt bei jedem Schiff. Pettersson gelingt es schon, die Hektar davon zu fahren. Da hinten der Wotten und Carlos Pace im roten Brett im Altenbieter Nummer 8 hat Anschluss gepumpt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr schön! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ronny Pettersson hat jetzt den Penske von John Watson zurück überholt, also Pettersson Vierter und Watson Fünster. Der Kanz dieser beiden Fahrer ist ja aus dem speziellen Grund interessant, dass es um einen Sponsor für das nächste Jahr geht, wie ich Ihnen eben vor ein paar Minuten erzählt habe. Und falls Sie sich jetzt erst vielleicht in unsere Direktübertragung vom 8. WM-Lauf des Jahres den Profil von Frankl, die Löcher auf dem E1 blenden sollten, so muss ich Ihnen gleich zu sagen, dass der führende Niki Lauda nach 8 Runden mit einem Vorsprung von 7,8 Sekunden auf James Hunt ausscheiden musste wegen einer Motorexplosion und davon der zweite Ferrari-Fahrer, der in der 17. Runde ausgeschieden ist, vermutlich wegen eines festgegangenen Motors von der Strecke abgekommen, Fahrer unverletzt. Also beide Ferrari, die im Ausflug von Frankreich ausgeschieden, in Führung James Hunt vor den beiden 6-rädrigen 4-Rennen von Patrick Depayet und Jody Schechter, die allerdings in ungedrehter Reihenfolge vor drei Wochen den großen Preis von Réves gewonnen haben. Patrick Depayet mit dem Endzeit Nummer 23 war von der Strecke abgekommen. Geschenk der Bettensohn und Brot. Kampage Nummer 8 macht aus diesem Dreikampf jetzt bald ein Vierkampf. Was ist eine Beziehung,'m Carmen? Als ich sie nicht verletzt, kann ich einen restrictions abscha separation an, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nichts Neues was die Reihenfolge betrifft, erster Hand auf Meklan, zweiter Patrick Depayet mit einem Rückstand von 13 Sekunden, 13,7 Sekunden sind es genau, also Cenkant hat das Tempo jetzt etwas verschärft, im Bild der deutsche Jochen Maas. Der von der KG gleich über Runde zieht und warten wir ab, ob der deutsche den Franzosen relativ leicht oder relativ schwer machen wird. Ronny Petersson, der von Lotus-Gumal-Schein-Gefährte-Schwede, dann der sehr hartfahrende Scheckant und unmittelbar hinter ihm der Iris John Watson. John Watson hat mit dem Penske schon Weltmeisterschaftspunkte herausgefahren und zwar war er bereits Kölnster im Postkreis von Südafrika die gleiche Position, die er heute im Rennen inne hat. James Hunt hat wieder zu seiner vollen fahrerischen Form zurückgefunden, nach den turbulenten letzten Monaten. Turbulent, auch was sein Privatleben betrifft, sie alle kleinen Jahren, die geschichte Susie Hunt, Richard Burton. Turbulent auch, was seine Rennerfolge betrifft, die Disqualifikation in Spanien, dann die vielen Kollisionen am Beginn dieses Jahres, die sieben Trainingsbett seit vier insgesamt schon in dieser Saison, dann Siege in den beiden englischen Rennen von Bransage und Silverstone, die aber nicht zur Weltmeisterschaft gezählt haben. Und heute in Le Castellet die Bestätigung seiner großen fahrerischen Klasse sind an seit dem Motorschaden des führenden Niki Lauda seit der neunten Runde, also im großen Preis von Frankreich in Führung. Überrundungsmanöver wie diese haben schon öfter als einmal irgendwelche Positionskämpfe ganz kräftig mitentschieden. Überrundungsmanöver wie diese haben schon lange nicht mehr gegeben, seit der 34. Runde, in der Fettel von Schechter vom dritten Platz verdrängt hat. Vielleicht kommt bei Ihnen zu Hause der Verdacht auf, dass Ferrari nach der Niederlage von Andersdorp, wo Niki Lauda dritt und jähriger Zoni sechster war, hat Ferrari mit PS stärkeren Motoren experimentiert und dadurch vielleicht ein großes Problem war eingegangen. Die Ferrari-Motoren wurden seit dem schwedischen Grand Prix nicht verbessert, man hat also den Versuch mehr PS zu erzielen und damit dann feste Grenzen zu müssen, hat dieses Risiko also nicht auf sich geladen. Ronny Pettersson fährt jetzt immer weiter weg von Schechter Wolff und Patsche. Vorne überrundend sehen kann vielleicht den Franzosen Michel Leclerc. Leclerc fährt einen Wolf-Williams-Fahrer des Ausdruckanadiers Walter Wolff, der nicht weniger als 30 Millionen Schillige in der Fettel bereits investiert hat. Es gibt auch große Gerüchte über eine künftige Zusammenarbeit zwischen Niki Lauda und Walter Wolff, die aber von beiden Beteiligten heftig investiert hat. James Anderson hat eine etwas ruhigere Art als die französischen Kammerleute, denn sonst könnte er den McLaren nicht so sicher und uverän über den Kurs von Leclerc dirigieren. Hans hat jetzt auf der hintersteigenden Kursen Michel Leclerc bereits überrundet. Wieder eine Positionsverschiebung in der 42. Runde, und zwar in Scharri an Jean-Pierre Scharrié vorbeigegangen. 13. Platz momentan für Scharke X im hundertten Grand Prix seiner Karriere. Jacques Lafitte, Ronny Pettersson, der momentan an der siegeren dritten Stelle liegt, vor Schecter von Propagel. Dieser Dreikampf geht also festiert. Im Bild Michel Leclerc. Sieg im Formel-2-Rennen aus dem Salzburg-Rennen, genau wie voriges Jahr Jacques Lafitte und vor drei Jahren mit Vorario-Brandpilat. Der Schleppse war noch der Geraden, auch nicht mehr im Rhein-Vittorium. Der Schleppse war noch grabbar auf den Geraden, auch nicht mehr im Rhein-Vittorium. Wir sind bereits im letzten Rang 5.43. Runde fertig, Elbrun noch zu fahren für den führenden James Hunt auf Meklan. James Hunt scheint dem zweiten Grand Prix-Sieg seiner Karriere entgegenzufahren, obwohl er schon so hoch in Führung lag und schon so viele Weltmeister von Zweifel gewonnen hat, hat er zu einem Rekord erst einen einzigen Grand Prix-Sieg voriges Jahr in Frankfurt in Holland die dramatische Regenschlag, sein Duell mit Niki Lauda. James Hunt hat damals früher von einem Trockenreifen auf Trockenreifen umgewechselt als Lauda und dadurch das Rennen gewonnen. Er hat viel Risiko damals auf sich genommen, aber es hat sich geholfen. Michelle Eclair, Nummer 21, hinter ihm Elbrun, der australische Search-Pilot, der folgendes Jahr auch gelegentlich für das Team von Grampy gefahren ist. Er ist hinter Charrier, Leclerc und X zurückgefallen. Jeder hat sich selbst an den Anhold von der Fahrer erholt, aber erholt dich auf jeden Fall. Er ist hinter ihm als Kürzlisch nicht in die Fläche. Er ist in die Fläche, die Fläche sind noch so hoch der Fläche. Mit der Fläche ist in die Fläche. A transt du eine Fläche? Er ist in die Fläche, die Fläche sind in die Fläche, sie sagte es, was ich zum Fläche, sie ist in die Fläche, sie выwachen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 James Hunt zu Ende. James Hunt bereits in seiner letzten Kurve noch einmal in den vierten Gang hinaufgeschaltet und beide Hände vom Lenkrad genommen vor Freude. James Hunt gewinnt den großen Preis von Frankreich, der zweite Sieg in seiner Grand Prix-Fahrer-Karriere nach seinem beruflichen Standort im Holland vor einem Jahr. Patrick Lepaillet mit dem 6-redrigen Tierrenz ist als zweit abgewunken worden. Dritter wird von Watson das Bestergebnis des Femmes mit jetzt und natürlich auch das Bestergebnis von Watson selbst. Vierter kann er Spaß mit dem breiten Alfa Romeo und an der fünften Stelle erwarten wir jetzt den Italien-Amerikaner Mario Andretti, der zum ersten Mal mit dem Lotus das Ziel eines Grau Priest erreicht hat und das trotz einem sehr beunruhigendem Training mit nicht weniger als drei Getriebeschäden. Sechster wird Jody Schekter, der also doch das Ziel noch reicht hat und die weiteren Tätsel dann gegen siebenster Hans-Joachim Stuck und achtster vom Preis. Noch ist der Deutsche nicht im Ziel. Jetzt ist es so weit, Hans-Joachim Stuck siebender, nachdem es heute früh noch so ausgesehen hätte, als könnte er überhaupt nicht an den Start gehen. Er wurde nämlich von einer Lücke genau ins linke Auge gestochen und hat kaum etwas gesehen heute früh, aber mit etwas ernstlicher Kunst und sehr viel Eisbeut und wie bei einem K.O. geschlagenen Boxer hat man den Deutschen dann noch fit bekommen. Stuck konnte dann den großen Preis von Frankreich starten und auch beenden auf dem undankbaren siebenten Platz freilich, der keine Punkte mehr bringt. Achter ist Tom Preiss, neunter Arturo Merzario und zehnder im hundertsten Grand Prix seiner Karriere der Belgier Jacques X. Inoffiziell noch die weitere Reihenfolge, elbster Karl Freutemann auf Prefem Alpha, zwölfter Jean-Pierre Charrier auf Cheto, dreizehnter Michelle Leclerc auf Wolf-Williams sowie Jacques X. Vierzehnter ist Jacques Lafitte mit dem Ligier Madra, der sich an siebender Stelle liegend in der mittleren Hälfte, Mitte im mittleren Drittel des Rennens von der Streiche gedreht hat und dann der deutsche Jochen Maas, der einen Boxenstopp hatte, aber weder im Training noch im Rennen diesmal irgendeine Rolle gespielt hat. In der Neckmeisterschaft ist die erste Saison jetzt zu Ende gegangen. Streichresultate hat niemals der einzige Fahrer, der Streichresultate in Kauf hätte nehmen müssen, nämlich Niki Lauder, der alle siebenmal bis jetzt ins Ziel gekommen war, ist durch einen motorscharfen Führungsliegen ausgeschieden. Genauso wie später der an zweiter Stelle hinterhands liegende Clay Regazzoni. In der Weltmeisterschaft haben wir jetzt folgendes Klasse Maas. Niki Lauder weiterhin ungefährdet an der ersten Stelle mit 55 Punkten. Zweiter ist jetzt Patrick Treffayer mit 26 Punkten. Dritter Jody Schechter mit 24 Punkten. Vierter James Hunt mit 17 Punkten. Fünfter ist Clay Regazzoni mit 16 Punkten. Sechster ist der deutsche Jochen Maas und der Franzose Jacques Lafitte, die heute beide ohne Punkte gewinnt, geblieben sind. Wenn auch Sie für die letzten Runden einen totalen Bildausfall hatten, genau wie ich, meine Damen und Herren, dann muss ich mich behehnen aus Le Castellet. Entschuldigen, aber ich habe die letzten Runden sicherlich noch viel weniger gesehen als Sie. Keine Ferrari Niederlage in Le Castellet, sondern ein technisches K.O. Beide Fahrer, Lauder und Regazzoni, durch Motorschäden aus dem Rennen gerissen. Und ein absolut verdienter Sieg des Engländers James Hunt, der das Rennen zum vierten Mal aus der Polenposition des Trainings schnellsten in Angriff genommen hat. Der allerdings zum Zeitpunkt des Ausfalls von Niki Lauder mit einem Rückstand von acht Sekunden an zweiter Stelle gelegen ist. Noch einmal die ersten sechs im Grand Prix von Frankreich, WM-Lauf Nummer acht. Erster Hunt, zweiter Depayet, dritter Watson, vierter Patsche, fünfter Andretti und sechster Schechter. Weltmeisterschaft Lauder mit 55 Punkten. So weit voran, dass der nicht platierte, nämlich Patrick Depayet mit 26 Punkten, nicht einmal die Hälfte der Punkteanzahl von Niki Lauder hat. Das heißt, dass Lauder auf jeden Fall die drei nächsten Grand Prix-Rennen, was auch immer passiert, an der Spitze der Weltmeisterschaftswertung platziert. Dass er also nicht nur Brandsage, Nürburgring und Zettbeck, sondern auch den großen Preis von Holland Ende August als Führer der Weltmeisterschaft in Angriff nehmen wird. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich noch einmal für alle Wohnschwierigkeiten und Bild-Ausfälle bei Ihnen zu Hause und zeige Ihnen auf Wiederschauen aus Le Castellet vom großen Preis von Frankreich, mit dem die erste WM-Saisonhälfte 1976 heute zu Ende gegangen ist. Nächster Grand Prix, heute in zwei Wochen, Grand Hatch in England.